Hallo ihr Lieben und ein herzliches Willkommen in Lego Jurassic World. Wir waren hier ja dabei. Ich bin schon gespannt was... Oh, ist das Essen oder ist das... Hm, lecker. Okay. Bisschen hier, ein bisschen da. Bisschen dagegen, dagegen. Bisschen! Bisschen! Okay, ich muss nur das richtige Hologram finden. Okay, ich muss nur das richtige Hologram finden. Okay! so läuft das also was ruhig ganz ruhig 74, 58 mal 2, 190, wir brauchen mehr was? Zähne, wir brauchen mehr Zähne Laurie, sind sie noch da? Sie müssen Gehege 9 öffnen 9, ohne Witz okay, Checkpoint erreicht ist ja süß ich finde das ich muss ehrlich sagen, ich finde das toll ah, wir können auch Dino jetzt spielen finde ich das richtig? ja, ich sehe das richtig, das ist nice ich finde das echt schön dass die Dinos die sind total niedlich gut, wir kommen hier nicht weiter, aber ich kann hier noch ein paar Sachen zerstören ich habe auch so das Gefühl, ich weiß nicht ich sage es jetzt, dass wir vielleicht zum Ende kommen kann das sein? wir haben hier einen Speicherbruch heißt das etwa dass wenn wir einen Checkpoint erreichen da wir speichern können? das ist interessant das muss ich mir jetzt mal mehr machen wir gleich mal okay die Frau ist jetzt weg ich denke mal, die ist zum Gehege die wird wohl die Dinosaurier jetzt rauslassen lass die Dinos los die Dinosaurier jetzt rauslassen bingo gut ich habe tatsächlich nicht recht wir dürfen Dino spielen äh, nee wenn nicht, solltest du ist ja gar nicht so einfach da geht er mal lieber rein weil da muss ja sowieso rein er ist der einzige mit der Packel alles klar sorry es wird spannend echt finde ich finde ich nice gut man muss echt aufhören dass man nicht zu weit klickt sonst äh hat man das man, ähm aus Versehen wer kann das machen? okay das kann nur sie aber das können wir machen naja bitte einmal das könnte nützlich sein machen wir das, man Okay, dann du-du-du-du-du-du-du wir brauchen noch mehr Teil, um es fertig zu stellen ist ja süß du-du-du-du äääh da oben müssten wir auch rauf lüt' das Es kann nur ein... Daher dreht es Ceratops. Okay, dann... Entschuldigung. Beschnüffel mal. Ah, wischen. Nice. Ja, warum nicht, ne? Bitte lächeln! Schauen wir mal. Oh oh. Das kann ich dir gar nicht sagen. Wer ist denn... Oh oh. Ähm. Ah. Nochmal. Oh. Äh. Ach so. Ich hab... Sorry. Und wir sind gleich tot. Ja komm komm komm. Ja komm komm komm. Ach so. Äh, wartet. Oh verdammt. Ich hasse tot. Oh shit. Okay, jetzt passiert nix. Kannst du rein? Okay. Okay. Hä? Ich bin verwirrt. Okay, 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 okay. Warum auch immer. So. Kann ich wechseln? Ah, yes. Ah. Alles klar. Okay. Mach deine Schatten auf. Kno. Na komm. Ist doch auf mich abgesehen. Ja genau. Ja komm. Oh Herzhaft! Geil! Ich muss eben kurz was sagen. Ich finde das so geil. Die streiten sich jetzt ernsthaft um eine Fackel. Checkpoint. Oh, das ist sehr gut. Die nutze ich gleich mal. Ich werde jetzt hier erstmal alles kaputt machen. So. Das passt hier sehr gut. Den will ich aber jetzt noch nicht nutzen. Hier kommen wir nicht mal weiter gut. Der ist ja noch so lange da, bis wir den benutzt haben. Das finde ich sehr gut. Sehr gut. Die streiten sich echt um eine Fackel. Das ist unglaublich. Kann man sich um eine Fackel streiten. Aber gut. Gibt es, ne? Unter Dinos gibt es aber auch. So, wollen wir hier erstmal wirklich alles zerstören. Okay. So. Was war das denn gerade für ein Geräusch? Hat sich so eingehört wie so ein Meeres-Tier, ne? Das sind Dinos. Da, 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 da. Dann spielen wir bestimmt gleich den Riesen-Dino. Oh. So. Das denke ich mal. Ja, da wird es ja nicht hin. Dann ist das eben so. Gehen wir mal auf der anderen Seite noch gucken. Die ist wahrscheinlich auch nicht ganz dahin. Doch, da geht sie ganz hin. Komischerweise. Dann testen wir auch mal alles mit hier. Die Tür ist auch wieder dicht, ne? Ja. Oh. Und das ist ein Job, äh, für den anderen. Wenn ich ihn dann bekomme, genau. Dann wollen wir das mal reparieren. Da, 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 da. Und bekommen gleich was Schönes. Sehr schön. Ein kleines Minikit-Gedöns. Okay. Ich will dich nicht. Ich möchte den Obersten, oh, Entschuldigung, denn zu der Zeit für den Scheißhauchen. Ah, geil. Noch eins. Noch eins. Halt da. Achso. Jetzt aber. Sehr schön. Sehr schön. Sehr schön. Sehr schön. So, das sammeln wir auch gleich mal ein. Drei Stück. Wie versetzt haben wir auch drei Stück gekriegt. Gut. Ich weiß ganz genau, wann ich da oben längs gehe, dass ich da wohl weiter komme. Deswegen werde ich aber noch nochmal den Dino. Ich werde nochmal die Spur machen. Ah, sehr schön. Ah. Ah, wie süß. Sehr schön. Wollen wir gleich mal hier fertig? Sehr schön. Sehr schön. Ach, das habe ich wahrscheinlich die ganze Zeit gehört. Vom Fernseher. Das habe ich gar nicht mitbekommen. Okay. Okay. Ich habe mich gewundert. Denk, woher kommt dieses Geräusch? Dieses Meeresgeräusch? Jetzt weiß ich, woher. Äh. Ist eigentlich egal. Denn... Ah. Siehst du, hier geht sie nicht weiter. Das habe ich mir schon gedacht. Okay. Das mache ich jetzt aber nicht. Ähm. Ich mache heute mal ein bisschen früher Cut. Deswegen gehe ich jetzt auch speichern. Deswegen habe ich das auch gemacht. Äh. Speichern im Fortplan mache ich mal. So. Ähm. Ich hoffe, es hat euch gefallen. Ähm. Ich bin jetzt, muss ich euch sein froh, dass ich es geschafft habe. Boah. Ich hänge doch seit einer Woche jetzt an der Erkältung. Oder ich habe... Ich hoffe, dass ich... Wenn ich Aufnahme rauskomme, wie es wieder richtig gut geht. Ähm. Ich habe mir das ja echt vorstellen. Seit dem Montag hänge ich dran. Oh. Eine Woche. Naja. Okay, meine Lieben. Ich wünsche euch einen schönen Tag. Und ein Bye-Bye.